Da sind wir wieder zurück! Wow, und hier wird kräftig geschossen! Man hört das bereits. Irgendwie, ich mach mal die Tür auch noch zu. Huhuhuhu! Ach, jetzt hab ich wieder Alkohol. Im Blut, im Blut, hätte ich fast gesagt. Zu viel Blut im Alkohol. Ja. Und das sind irgendwie viel zu viele Leute, die auf uns schießen. Ich weiß nicht, was ist denn jetzt besser? Ich müsste grad direkt mal gucken. Hm? Und zwar, ist es der Revolver? Macht der mehr Schaden, oder? Revolver, 138 plus 61. Ausrüsten, fallen was? Mittelmäßige Pistole, 203, die macht schon mehr Schaden. Verformte Pistole? P-Pestole? Verformte Pestole? Hm. Okay, ich hab jetzt alle beide Pistoletten. Die Pistoleros? Die Pistoleros? Okay. Ich zucke mich und mach die Tür auf, du... Ne, warte mal! Warte, 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 warte! Warte, 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 was! Warte, ich muss da schnell... Ich... Warte, warte! Ahh, ich... Ach, scheiße! Ich hab mir noch nen Snack rein! Komm! Gehm! Wir brechen dann die Tür auf. Also mehr oder weniger! Du brichst an die Tür! Ja! Ich stell' mich dann hierher und... Bleib hier so! Mach die Tür auf und du kannst erst dann stehenbleiben. bleiben und schießt dann über mich drüber so es klingt gefährlich noch nicht ich bin heute völlig so jetzt pistole habe ich was habe ich was wähle ich aus die andere waffe ist okay also ich mache zumindest mehr schaden laut zahlen okay bereit ja ich mache auf und hinten sie haben gar nicht getroffen scheiße ich krieche mal rein da war nämlich ein fass ein fass sage schon hier so ein ein fass ohne Boden ich treffe den nicht das ist glaube ich geil wo du den hinschießt oder in slow motion ich will die ganzen pistolen eigentlich gar nicht aufnehmen ich will bloß die munition haben schwere pistole eben deswegen ist es doch ach so da brauchst du einfach nur durchlaufen die lassen dann direkt munition fallen und du hebst die auf wenn du einfach nur drüberläufst okay aber ich habe auch gerade hier irgendwie auf die schwere pistole was da habe ich gerade bitch genannt bitch bitch son of a bitch ich gehe erstmal runter du gehst runter wo bist denn du runter hier die treppe hinter dir die treppe hinter mir wir müssen wir müssen wieder hoch oder was ja ich hatte jetzt hier bloß mal die tür nach da nach draußen aufgemacht oh das können wir uns ja noch aufheben achso wir müssen jetzt in die an ja wir müssen jetzt hier in die zweite tür rein huch brauchst du ein heilungszeug gleich was ist hier hinter der tür komm oh wie viel stehen denn hier hey wo bist denn du oh kopfschuss hier drüben hier ach du bist auch bis oben lang gelaufen achso ja weil ich auf der anderen seite war die macht er denn macht er denn ach jetzt wird er tactical shooter erstmal noch alles mitnehmen natürlich nicht vergessen hier ist eine tür durch die wirirtyste hier wahrscheinlich reingekommen, aber okay. Oh, hier ist noch eine Waffe, die ist besser. Schwere Pistole. Schwerer Hammer. Nehmt man sowas jetzt noch mit? Ich glaube ja weniger. Hab ich das Gefühl, dass es jetzt zu viel... Oh. Ach guck mal, wer da an der Wand hängt. Starkstrom. Die kennen wir doch. Ja. Ich hab dem Typen jetzt gar nicht zugehört. It's the law of the jungle now. Gesetz des Dschungels? Hm. Ach, hier. Ah, uh. Die macht natürlich mehr Schaden. Ja. Huch. Es geht hier. Achtung, rechts ist einer. Wo? Ach, du Scheiße. Ach, ich bin so ein schlechter Schütze. Hä? Jetzt ist er down. Kontrollraum? Ich mach einfach mal die Tür aus. Hier ist eine Werkbank. Hä, hier waren wir doch eben. Jetzt ist hier eine Werkbank. Kann man die Waffen modifizieren? Du kannst auf jeden Fall upgraden. Also wahrscheinlich hier. Also das meine ich doch. Durchschlagskraft etc. Dann muss ich grad mal gucken, welche ich in der Hand habe. Schwere Pistole mit 233. Hm, okay. Hm, das war's schon. Mehr Geld hab ich nicht. Schwere Pistole, die hier. Oh. Ja, das macht ja halt ein bisschen mehr Schaden. Okay, jetzt hab ich vier Pistolen, die jeweils 50 Schuss haben. Das ist doch cool. Ich hab auch noch Mollies dabei. Okay, dann... Uh. Was ist denn das hier? Licht. Nee. Yeah. Ich hab Licht gefunden. Nein. Was ist das hier unten? Ich glaub hier runter muss man. Ja, der Typ hat noch Geld bei sich gehabt. Ah. Steht da wirklich einer? Lebt der noch? Nö, nö. Nö, 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 nö. Ich weiß, dass ich Fähigkeitspunkte habe. So. Ne standmützige Pistole. Nö, nö. Ich glaub wir müssen hier raus. Licht. Alter. Wie viel hält denn der aus? Ich liebe das, Maronite Harmer noch mal. Ah. Ich hab das... Ich hab das... Ähm. Die, die Gassebuddel hab ich angeschossen. Was sagt er? Ich hab das. Du bist nicht allein zu verlassen. Boah, jawoll. Ertrunkene Hoffnung. Die haben alle Munition dabei hier. Find ich... Find ich super. Finde ich super. Okay. Die haben wir doch in einer portalen Schießerei erstmal hintergemacht. Antonio Macarete? Hey, Macarete. Mach mal die Tür zu. Geh mit Antonio zum Kontrollraum. Ah, ja. Hm. Das brauchst du doch nicht mehr, oder? Was denn? Oh oh. Äh, der läuft los. Und der rennt auch genauso wie der andere Typ. So schnell. Weiß ich wie der... Oma? Was, was Oma? Hm. Control Room. Okay, macht er hier irgendwas? Ja. Ich mach mal die Tür zu. Aha, aha. Keine Druck. Es ist zu hoch. Es sieht aus, dass wir ein paar öfter Feuerhydranten haben. Ja. Äh, Fiber. Bauplan. Haftbombe. Das klingt gut. Und die nächste Mission. Wir müssen die fünf Hydranten. Schließe fünf Hydranten. Schwierig. 4500 EP und Fleischkühler. Wieso kriegen wir Fleischkühler? Ich wills nie wissen. Okay, hier lang. Oh, hier ist Frank. Wo? Frank ist hier. Säubere den Bereich vor der Pumpstation von den lebenden Toten. Einfach. 1500 EP und Cash. Ja, ich würde ja gerne erstmal hier die Pumpen machen. Ja. Irgendwie, irgendwo, irgendwas, wie auch immer. Dann müssen wir hier lang. Hier raus. Und 60 Meter nach rechts. Können wir eigentlich hier wieder die, die Waffen nehmen, die Macheten und so. Können wir ja Munitionen sparen. Ja, probieren einfach. Oh, da ist ein Stinker. Oh, da ist ein Stinker. Danke. Okay. Oh, ich brauche Nahrung. Shit. Hat man hier drinnen irgendwo noch was? Alles alle? Ach nein, hier ist ein Energietrink. Ich habe jetzt einen Snack genommen. Ach so, wir müssen auch rechts lang. Ja, da gehe ich einfach mal vor. Hier ist eine Kiste. Ja, hier ist ein Energietrink. Oh, mehr als genug. Okay, ich laufe hier einfach mal kurz und knapp ein Stückchen weiter. Hier ist der erste Hydrant. Was ist denn das für eine? Was ist denn das für eine? Oh, nein. Ist ja widerlich. Spart ihr doch die Munition. Ah, da kommt ein Schläger. Huch. Ich würde sagen, der hat gesessen. Der Möli. Mein Gott. Ja, er brennt. Er lolort. Oh, jetzt ist der gleichchen. Oh. Noch mal einen Kick verpassen? Oh. Oh. Jawoll. Der ist weg. Weg ist er. Okay, hast du... Ah, cool. Hm, ist schon zu. Okay, jetzt hier... Warte, hier ist noch eine Kiste. Schrott. ich habe es gewusst ich habe es vorhin noch gesagt ich wollte echt drauf die hier in den ecken stehen blöde saue alter kommt so ein feuerball auf dich zu nicht schon wieder hier so ein freak ein rammer vorbeigeworfen der kommt der kommt der kommt der kommt irgendwie er brennt scheiße 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 steh auf scheiße der looter doch was denn so dauernd brenne also was geht hier ab hilfe hilfe so dauernd habe ich mich jetzt erschrocken alter schwede ich habe keine lust mehr auf nahkampf vor hier ist wieder ein hydrant ich komm ich komm ich komm hier ist zu nach hinten ist es nur hier ist es ich bin ich bin ich bin ich bin Schickungen hier alles Gibt's hier oben noch irgendwas zum heilen? Früchte? Früchte? Kann ich nicht nehmen Ne, ist direkt zum heilen, Früchte Die Frucht meiner Lenden Oh, wieder so einer Matsch Oh, nein Und ich schwinge wild mit meinem Beil Trägerrevolver, das ist aber auch schlechter Boah, ist das heftig Da rennt erst mal einer weg, ok Wo ist hier irgendwas? Ein Geher? Au Ja Wo stehe, hinter der Barrikade sind sie doch schon wieder Da schießen doch welche Ja, aber von wo? Von hinter dem Auto Au Von hinter dem Auto Ja Ach, die blöde Sau ey Wo ist er denn? Ok, down ist er Achso, toll Nein, der lebt noch Jetzt ist der Der nächste da hinten Oh, Bandenkrieg Vor allem haben die keine anderen Probleme als uns Ich hab da eine Idee Oh Mir kommt da gerade eine Idee Geil Geil Hinter das Auto Scheiße, ich kenn Ich kenn wir nie mehr Wir müssen doch gar nicht hier lang Wir müssen doch nicht zurück Außerdem Hier hinten lang Ne, hier lang Schläger Ich hab leider keine Mullis mehr Dann nehmen wir halt hier was zum Schlagen Ach, scheiße Das Ding macht keinen Schaden mehr Los, auf ihn drauf Oh, was hab ich denn da aufgelammelt? Grausam ist irgendwas? Ne, ne Bolo-Machete Aha Ja, die macht Die macht Schaden Puh, hä? Oh, die macht sogar mehr Damage What? Als mein Muss ich schon noch upgraden Gibt's denn hier drinnen? Er hat Geld Was geht hier ab? Oh Oh, ich bin gleich down Hier drinnen gibt's Nein, hier gibt's nie Gibt's doch Hier gibt's nichts Hier gibt's doch Hier gibt's Erochit Drink Und ein Snack Wir müssen gar nicht hier lang Aber hier gibt's Snacks Wie viel hast du? Heilung? Ja, ein Dreiviertel Bin ich dran Ja, dann Passt schon Achso Stand up Ich wollte schon Ich wollte zacken, oder? Ja, ja, ich war schon auf dem Weg Erledige die Blunderer in Stan's Haus Rede mit Stan Schwierigkeitsgrad schwierig 1500 EP und Cash Okay Gier lohnt sich Ach ja, ich würd sagen Das nebenbei Das machen wir dann in der nächsten Folge Dann stürmen wir einfach mal hier sein Haus Machen wir Jo Jo dann Tschüss Bis dahin, tschüss Stand up Sam B got the thing that go bump in the night Boothoom, ya boothoom, bitch